Hier draußen heute mal, ähm, ja, heute ist Ostersonntag und ich mache zum allerersten Mal meinen Workout am Ostersonntag. So, ich hoffe, dass ihr genauso motiviert seid wie ich. Wir starten mit einem kleinen Warm-up. Ich mache kurz die Musik an. Äh, kann sein, dass die Musik heute nicht so da ist, wie ihr sie wünscht, aber wir machen jede Übung 30 Sekunden. Das heißt, ich schrei dann einfach nächste Übung und dann wisst ihr Bescheid. Ansonsten macht ihr euch selber zu Hause Musik an, würde ich sagen. Okay, zwei Minuten Warm-up. Okay, das ist relativ leise bei mir. Locker joggen. Zieh die Fersen einmal langsam Richtung Gesäß. Nimm die Arme locker mit. Locker nach vorne, leicht die Knie anheben. Schilde die Arme aus. Kreise die Schultern reinges. Okay. Zwei Minuten Warm-up. Danach haben wir 15 Minuten für die Beine, für den Popo. Danach kriegst du eine Pause. Das heißt, 15 Sekunden durchziehen. Komm, Butterfly. Nimm die Arme weg. Zieh die Fersen nach hinten. Vier, drei. Pusch die Arme nach oben. Komm. Hoch, hoch. Direkt. Für sieben. Für sechs. Fünf. Noch vier. Drei noch. Zwei mehr. Okay. Zieh die Knie nach vorne. Hier. Komm. Pusch. Mach dein eigenes Tempo. So schnell du kannst. Zieh die Knie immer höher. Und Atme nicht vergessen. Pusch, pusch, pusch. Sieben haben wir. Sechs. Fünf. Vier mehr. Drei noch. Zwei mehr. Locker. Hier. Jump. Nimm die Arme locker mit. Okay. Wir sind so langsam warm. Wir beginnen gleich. Jump. 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 Zehn Sekunden. Vier. Noch drei. Zwei mehr. Locker. Okay. Zehn Übungen. Jeweils drei Sekunden. Jumping Jack. Es geht los. Übung eins. Bauchnabel ist fest. Dreißig Sekunden hier folgt. Redige die Knie leicht nach außen. Fußspitzen. Zeigen nach außen. Nimm die Arme hoch und tief. Nimm die Arme hoch. Nimm die Arme hoch. In vier, drei, zwei. Locker. Hier. Schief. Dreißig Sekunden hier. Aki, schieb den Popo zurück. 30 Sekunden. Schieb den Popo zurück, Bauchnabe ist fest, Bauchspann. Seht. Nimm dein Tempo auf. Letztes wiederholen, Lauf. Halte durch. Locker, hier, knee and kick. Nur das linke Bein. Knee, kick. Ganz wichtig, zieh die Ferse zurück zum Popo, ja? Nichts das Bein fallen lassen. Kick, knee, kick, knee, kick. Spannung im Oberschnecke, komm, zieh die Ferse zurück zum Popo. 30 Sekunden hier. Hup, kick, hup. Bauchnabe ist fest, Standbein leicht gewohnt. Knee, kick. Links beginnt. Hier. Option eins. Hier. Option Nummer zwei. Zieh das linke Team nach oben. Tief, hoch. Wenn du weiter steiger willst, bleibst du möglichst tief. Zieh. Sech. Tief, schmier die Kappe im linken Oberschenkel. Schmier die Kappe im linken Oberschenkel. Komm, acht. Sieben. Sechs. Locker. Und rechts. Kick. Knee, kick. Atme, zieh die Ferse zum Popo. Kick. Nicht das Bein fallen lassen. Rückseite Oberschenkel, wird trainiert. 3 Sekunden. Push. Push. So, die ersten fünf Minuten habt ihr gleich. Kick. 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 And kick. Gleich geschafft. Hier, komm. Tief. Deine Variante auf rechts. Tief. Versuch den Popo möglichst tief zu halten. Hup. Zieh. Zieh. Okay, ich hoffe ihr seid warm. Ich spüre die Oberschenkel. Hopp. Hup. 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 A'm quacken. The Nobody. Push. F Week. It is corazón. Hup. No descans. Tief. Shonks. Two. Tief. Eight. Squat in. Tief. Hup. Sit! Squat and arch! Hier! Jump! Squat Jump! Liegestütze! Zwei Übungen habt ihr noch! End Jump! End Jump! Halt durch! Und jetzt runter! Squat hoch! Okay, letzte 30 Sekunden! Halt durch! Bauchnabel ist fest! Schieb den Popo zurück! So, erste Runde habt ihr! Alles von vorne! So! Eins, gut! Und jetzt gebrennen! Los geht's, alles von vorne. 30 Sekunden. So viele wie du schaffst. 30 Sekunden folgt. Rund eins. Ja, ihr habt insgesamt noch 10 Minuten, da kriegt ihr einen Dringpauch. Huch, ganz und drückt. Halte, komm. Etwas langsamer. Sehr gut. Ich spür die Hoheschenkel. Es wird vom Mal zum Mal schwieriger. Ich hoffe ihr seid noch dabei Letzte Sekunde auf hier Und kick Legs Kick Und kick Okay, jetzt spüre ich die Kraft im linken Oberschenkel Knee Kick Knee Kick Komm hier ab, machst du sieben Minuten, dann machst du es Knee Kick Knee Kick Hals durch Zieh die Ferse zurück zum Popo Side-Lunch Deine Variante, ohne Jump oder Mid-Jun Schieb den Popo zurück Popo-Chief, wenn du mehr machst Knie Thesse zur Runde Zieh Zieh Ich will die Kraft im linken Oberschenkel Das schafft ihr Popo schief zurück Side-Mexel-Recht Go Knee, and kick, knee, stand dann leicht gebereit, halt die Balance, zieh die Ferse zurück zum Popo, nicht das Bein fallen lassen, and kick, and kick, dann waren wir noch dabei, schafft ihr, side edge. Tief, oder jump, und zieh, und zieh, halt die Popo tief, komm, das brennt, ich weiß, halte durch, und zieh, zieh, out, smile and pull, jetzt tief, jump, wenn du magst, Aki, erster Schritt, richtig rüber, Oberkörper bleibt vorne, jump, eins, zwei, tief, and jump, eins, Aki, die seitlichen gehen mehr auf den Popo, ja, komm, richtig rum, Sehr gut, schafft ihr, halte durch, Squat in und abend, halte durch, die Oberschenke brennen, Ihr habt noch sieben Minuten, Huch, halt die Nutzung, Squat in und abend, ho, hoch, hoch, und vorletzte Runde, für Runde Nummer zwei, hoch, Halt im Squat tief. Halte tief. Es brennt. Alle noch dabei? Ake, wir haben noch einen Durchgang. Die letzten. Die letzten fünf Minuten. Danach ist der Bauch dran. Gebt Vollgas. Fünf Minuten auf die Lunde. Komm. Komm, jede Übung noch 30 Sekunden. Denk an diese 30 Sekunden. Das ist nichts. Ihr schafft ja. Halte tief. Fahne mal fest. Hier die Übung. 30 Sekunden. Und wechsel die Übung. So schnell du kannst. Warum schafft ihr? Ihr habt nur vier Minuten. Halt durch. Und Knee lift. Links. Kick. Okay, seid ihr noch dabei? Dreieinhalb Minuten. Komm. Push. Push. Da kriegst du jede Pause. Ein Kick. Linke Bein beginnt. Halte durch. Puh. Zieh. Kick. Lass das Bein nicht fallen. Side Lunge. Deine Variante. Rechte Bein bleibt gestreckt. Sollt ihr noch dabei? Ja, sehr gut. Halt. Komm, Endspurt. Ihr habt noch drei Minuten. Das schafft ihr. Halt. Letzter Durchgang hier. Side Wechsel. Gerecht. Kick. And Kick. Sehr gut. Komm, bleibt dabei. Nicht das Bein feiern. Zieh die rechte Ferse zurück zum Pum. Standbein ist gebunden. Letzter Durchgang hier. Kick. 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 Push. Side Lunge. Lass den Popo möglichst tief. Komm, lass schießen. Einmal noch auf die Zähne. Komm. Die letzten, sie können laufen. Komm. Es darf brennen. Halt. Halt. Rott. 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 Hälfte ab dir. Jump. Eins, zwei, tief, und jump. Gut, komm. Finale schafft ihr. Okay, es brennt. Squat in and out. Drei Sekunden hier. Dein Tempo. Chief. Bauchnabe ist fest. Halt und probatik. Okay, zwei, wir haben noch. Burpees. Hier. Squat in and jump. Ihr habt es um eine Minute nicht, Mami. Die Weine brennen. Halt im Squat. Los geht's. Seid ihr noch dabei? Alles gut? Halte tief, halte. Halte, halte, halte. Sehr gut. Die letzten zehn Sekunden. Komm. Schafft ihr. Ja, ihr seid noch fleißig dabei. Halte, komm. Ihr habt es mit den Beinen geschafft. Locker. Zickt. Eine Minute Pause. Trink was. Okay, geht es euch gut? Schickt mal einen Daumen. Alles nach Faletti. Eine Minute Pause. Es geht weiter. Mit dem Bauch. In 40 Sekunden. Okay, ihr habt es gut. Ihr habt eine Masse zu Hause, ja? Zehn Übungen für die Pause. Gebt alles, ja? Ja, es geht gleich los. Erste Runde ist im Stehen. Schwarz. Hier. Zieh die Knie zum Brust. Wenn das nicht geht, komm in die Niele, ja? Deine Variante. Zerreißen Sekunden. Gefolgt. Wir gehen gleich auf dem Bode. Reine durch. Wie du machst. Hinter die Matte. Vorm Stand. In den Liegestütz. Wieder zurück. Wenn du mal springst. Übung Nummer zwei. 15 Sekunden noch einmal hier Gas geben. Wir bleiben schief. Diagonaler Mountain Climber. Ja, macht ihr mal langsam. Hol die Kraft aus dem Bauch. Drittief. Halte Puppet. Hier. Rotation mit. Okay, die Bauchmusken sind dann. Übung vier. Party ist hoch. Scharf. Auf den Puppen. Hände nehmen dich. Hier. Bring die Beine hoch und schief. Immer rechts. Nichts. Übung fünf. Und wir bleiben hier in den Russian Twist. Wenn du machst, müsst ihr die Beine mit nach oben. Sechste Runde. Wechseln. Wir bringen die Rotation aus dem Oberkörper. Zwei Minuten auf den Arm. Leider. Wir kommen. Bring die Arme nach oben. Beide Beine angewinkeln. Rechte Beine gestreckt. Linke angestreckt. Hier nach oben. Wechseln. 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 Siebt die Übung. Zwei Minuten noch. Siebt. Okay. Arme über den Kopf. Winke das rechte Bein an. Streckt nur rechts. Nur rechts. Das brennen die Hände hinter den rechten Oberschäcken. Acht. Übung. 30 Sekunden. Komm. Wenn du nicht gehst, stellst du das den Bein ab. Hier. Komm nach oben. In die Rotation. Volle Züge. Hol die Kopf. Na aus dem Kopf. Lass die Fernseh. Arm wohl. Atme aus. Wenn du hochkommst, kommst du lange. Hals. Brick ihn zur Decke. So. Letzte Übung. Und beide Beine in die Luft. Linke Knie. Winkel zurück. Letzte Übung hier. Spür das Brennen in den Bauch. Achtung. Ganz dicht. Dein Unterrücken bleibt fest am Boden. Nimm die Beine immer so tief, wie du es halten kannst. Die letzten Sekunden laufen. Und locker. Komm nach oben. In den Schau. In den Schau. Eintet euch. Spann die Bauchmuskeln. Dreißigste Kurze. Seid ihr noch zu warm? Denkt daran. Ihr habt nie Luft gedauert. Furcht. Okay. Übung Nummer zwei. Liegestütz. Und rück. Baunabels fest. Baunabels fest. Komm. Ich hab das. Zehn Minuten noch. Nicht mehr ganz. Hier bleib ich. Mach ein klein was. Biogelarm. Mach sie langsam. Komm richtig in die Rotation. Hol die Kraft. Aus und bei den Bauchmuskeln. Also nicht vergesst. Hier. In die Rotation. Okay. Lächeln einmal. Ihr schafft das. Ihr seid in den letzten Züge. Schiebt die Hüfte hoch. Seinliche Fahrtruft. Den sind fest. Letzte Runde. Auf den Kopf. Arme seitlich. Ja. Schön seitlich die Bank. Von rechts nach links. Wenn du mehr machst, streckst du die Bank. Schau, was du da schaffst. Oberküppel nimmst du mit. Geh tief. Ja, die Bauchmuskeln brennen. Runde zwei habt ihr gleich. Runde zwei habt ihr gleich. Von rechts nach links. Ja, seid ihr noch dabei? Ich hoffe, ihr spürt die Bauchmuskeln. Und schau. Und schau. Push. Oberküppel schön diagonal tief nehmen. Spür die Kraft im Bauch. Halte durch. So. Beide Beine angeregt. Arme nach oben. Immer im Wechsel. End gegen gesetzt. Position. Push. Ihr macht weiter. Ich habe den Stein unter der Hüfte. Weiter geht's. Halt die Bauchmuskeln aktiv. Okay. Warte mal im Gestell. Das rechte Bein angewinkelt und streckt. Okay, die Übung brennt. Halte durch. Wenn das nicht geht, die linke Beine aufstecken. Komm, ihr habt das gleiche Schatz. Komm, ihr habt das gleiche Schatz. Voller Züge. Voller Züge. Voller Züge. Voller Züge. Voller Züge. Arme aus. Komm. In die Rotation. Lass die Fertung am Boden. Nur die Bauchmuskeln arbeiten. Hör. Voller Züge. Okay, wir haben noch einen durchgehört. Linke Bein gestrickt. Angewinkel. Angewinkel. Die letzten 30 Sekunden hier. Komm. Halte durch. Spür die Bauchmuskeln brannen. Komm, ab. Schau. 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 Einer noch. Locker. Komm nach oben. Finale. Fünf-Minuten-Folge. Komm. Knee. 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 Wenn du magst, jumpst du. Okay, seid ihr noch dabei? Jump. Jump. Jawoll. Hey, ihr seid fleißig. Komm. Jump. Hopps. 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 3 Vielen Dank.